So, das war unser erster Tod. Hervorragend. Wow, war ich langsam. War ich langsam. So, was haben wir hier? Hier haben wir uns mit einer Schnecke angelegt. Guter, ich speichert hab. Wo ist er denn? Da. Ja, ja, komm her. Komm her. Das haben wir ja noch drauf, ne? Aber. Ach so, halt, du könntest ja mal. Ne, den sparen wir mal. Oh Gott, was ist denn jetzt los mit euch? Ich denke, ihr seid gar nicht aufgestiegen. Puh. Tja. Na? Tja. Das war schon übel, die Viecher. Die waren schon richtig übel. Gut, nimm mal alles auf. So, und jetzt switch mal um. Bereits schon mal alles vor. Die haben uns ganz schön... Vielleicht zählt man doch erst hier rein. Na? Wir probieren's mal. Aber ist ja manchmal... Nie. Ne, hier... Hier braucht man Schlüssel. Sag mal, hab ich das nicht schon mal gesagt? Da kommen wir wie ein Déjà-vu vor. Oh, schon das erste Mal gestorben. Äh, ihr könnt mal zählen. Wie oft wir sterben. Vielleicht... Ach, nee. Moment. Moment. Das ist... Ne, ne. Hier ist immer noch... Hier ist noch alles klar. Dann kann man gleich das aufmachen. Denn... Da waren wir ja schon mal. Mal schauen, was diesmal da ist. Ja, das ist wieder das Gleiche. Ne, mal. Das ist wieder das Malwurfs-Tingsbums, ja. Und hier... Ja, ich weiß nicht. Der hat... Na, der... Die hatten mal, ne, bei meinem letzten Test... Das war nicht schlecht. Das hat man sehr gut gefunden. Das sag ich ganz ehrlich. Ja, du könntest ja auch von hinten ein bisschen mit deinem Speer durch. Aber es ist alles, ne. Also... Die sind so schnell... Wir sind so schnell tot. So schnell kann ich gar nicht klicken. Ich bin jetzt... Da merkt ihr es, ne. Ich meine, bei den Schnecken... Da ist ja noch alles in Ordnung, aber... Warte mal, hab ich jetzt... Bei den Schnecken war ja noch alles in Ordnung. Und die Baumviecher auch. Aber hier... Hier ist das schon übel. Finde ich. Da wollen wir doch speichern. Da müssen wir es nicht nochmal machen. Pass auf, wir machen... Hm. Wenn wir gestorben sind... Machen wir es anders. Machen wir es anders. Nämlich ansonsten... Wird das Let's Play wahrscheinlich... Tausend Jahre lang gehen. Passt auf. Wenn wir gestorben sind... Dann machen wir einen Speicher... Na? Dann machen wir Speicherung. Ja, das ist ja auch blöd, oder? Nerv... Ja, halt bevor wir wieder zu dem, wo wir sterben, hingehen. Na? Und ansonsten speichern wir nicht. Ja, trotzdem, ich möchte ein bisschen wenigstens... Oh, ich traue mich schon jetzt nicht mehr. Äh, ein bisschen wenigstens Spannung reinbringen. Mist. Hm. Du hast... Ja. Ah, hat er mich wieder getroffen. Er darf mich nicht so oft treffen, ne? Verdammt. Und vor allen Dingen... Müsste die... Ja, ist ja gut. Warte, jetzt... Jetzt sind wir wieder gut. Oh, Gott sei Dank. Aber ich glaube, da war noch einer dabei. Huh. Na gut. War... Das war nur die erste Aufregung, glaube ich. So schlecht war das gar nicht. Warte, mach mal schon. Oder geh mal schon am besten. Ha! Nicht so, mein Freund. Oh! Sehr gut. So. Hm. 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 Äh, warte mal. Wir brauchen unseren Freund hier. Äh, warte. Ja, ja, ja. Warte doch. Der muss ja ein bisschen mit zustechen. Warte. Gut. Na? Läuft doch. Läuft doch. So, jetzt würde ich gern speichern. Jetzt würde ich gern speichern. Aber wir haben gesagt, nein. Ein bisschen, ne? Ein bisschen müssen wir schon noch Spannung mit reinbringen. Ähm. Hm. Du switch mal bitte um. Ach so. Äh, warte mal. Drücken. Du hast wieder deine, ne? Da hinten ist was. Dann mal schauen. Wo kommt der? Hier. Ah, den können wir. Und? Wo hin? Am besten wäre es hier hin. Ah, schade. Ich weiß natürlich nicht, wie hinten das jetzt weitergeht. Oh, Gott. Ähm. Du musst umswitchen, mein Freund. Eieieiei. Ja, tut mir leid. Hm. Klappt doch. Hervorragend. Klappt hervorragend. Komm. Stich zu. Ja, man weiß dann natürlich ab und an nicht mehr, wo man hin muss. Ja, Pilze isst du ja hoffentlich, ne? So. Du. Wieder umswitchen. Genau. Und dann gehen wir genau unseren... Das ist wie bei Hänsel und Gredel, ne? Gehen wir genau unseren Weg ab, wo wir hergekommen sind. Bein. So, jetzt wäre es schön, wenn wir speichern könnten. Äh, wir müssen auf und zu mal auf die Uhr schauen. Hm. Nicht, dass meine Festplatte voll läuft. So, wir stecken die mal hier rein. Die ist ja schon ein bisschen abgebrannt. Und die hier hin... Äh, Moment. Wo sind denn deine Messer? Hosen. Was sind denn das für Hosen? Die sind... Zwei. Du hast ja auch Hosen, ne? Ja, hast du? Du hast keine Hosen an. Du bist ja die, die eigentlich hier noch nackig rumläuft. Das ist... Nicht schuldig. Ach, nee, du auch. Oh, Gott. Gott. Nee, dann lieber... Dann... Oh, da ist ein Schalter. Was macht der? Da ist ein Schlüssel. Liegt einfach so rum. Ja, wir bräuchten für den eine Axt und für dich ein Schwert. Dann sieht die Sache schon wieder ganz anders aus, ne? Aber es ist so entspannt hier, wenn das nicht ruckelt. In der letzten Folge hat es wirklich arg geruckelt. Ja, dann nützt ja nichts. Wir müssen mal drauf. Wir müssen erst mal kein... Kein Feind. Ach, da ist schon mal Angst. Sehr schön. Dann haben wir mal... Das braucht man nicht. Ich habe irgendwo gehört, dass man hier nichts verkaufen kann. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich nicht, was die Master Quest macht. Wenn wir jetzt natürlich einen Händler hier finden, na, dann schreie ich. Leicht. Klein. Oder steht irgendwie... Warte mal. Steht da irgendwie dran? Doch. Der Wert? Drei Goldstücke. Jetzt bekomme ich... Ja, dann... Solange du noch tragen kannst. Du kannst 84 Kilo tragen. Nicht schlecht. 84 Kilo. Also, ich bin bei 20 Kilo. Finde ich schon schwer. Wie kannst du tragen? 72 Kilo. Wow. Sogar unsere... Luna kann 45 Kilo tragen. Also, realistisch sieht anders aus. Ähm, Luna, sitz mal. Was hast du denn tun? Achso, Entschuldigung. Nee. Nee. Ja, aber... Ja, aber... Den kannst du mal essen. Den kannst du essen. Und dann mach schon mal wieder dich vorbereiten. Gut. Ne? Jetzt müssen wir mal kurz auf unsere... Wo müssen wir jetzt hin noch? Hier hin, ne? Wir haben einen Schlüssel. War der denn noch irgendwo anders? Anscheinend nicht. Na gut. Ne. Wenn man nur wüsste, ob man hier alle Secrets gefunden hat. Alle Geheimgänger. Türen. Hier ist ja alles klar, ne? Hier war der Schaltan. Ich wollte nicht hier rennen. Ich wollte einfach nur schauen. Halt! Da. Nimm doch. Warum nimmst du? So, und hier rein müssen wir, ne? Na dann. Schauen. Passt. Wie angegossen. Was ist das? Schwert? Der sieht... Der sieht besser aus. Aha. Fünf. Sieben. Jetzt der... Der hier ist es, ne? Genau. Den haben wir die ganze Zeit schon gesucht. Ne, den Haltrang machst du mal hier rüber. Und... Das ist ja Quatsch. Du hast nichts zum Switchen, ne? Oder gehen die kaputt? Ne, haben wir gesagt nicht, ne? Hoffen wir es mal nicht. So, da steht wieder was dran. Ein Schalter im Norden. Oder Schelter heißt doch Schalter, oder? Heißt Schelter, Schalter? Oder heißt es eine... Ne, Schelter heißt nicht Schalter. Ja, das heißt sowas wie... Wie... Ja. Unterschlupf. Oder Überdachung. Schelter. Oder... Ja, sowas. Schutz. Schutz im Norden, Zellen im Süden. Sowas in der Art, ne? Ja, wo ist denn eigentlich Norden und Süden hier? Norden. Ein Schutz im Norden. Also hier. Seht ihr was? Vielleicht müssen wir... Warte mal. Ha! 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 Habt ihr... Ha! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Habt ihr... Das war jetzt... Das war... Glück. Und auch ein bisschen... Ich wollte jetzt einfach mal schauen, ob da was passiert. Ha! Freut mich. Das war... Das war cool. Das fand ich cool jetzt. Das war... Also ich... Ja, ich hab's. Ich krieg mich ja wieder ein. Ach da! Ein Kompass. Schaut mal hin. Der geht genau immer die richtige Richtung. Ja, aber ich hab keinen, der... Den wir hier den Komp... Obwohl... Ähm... Moment mal. Warte mal. Ne, Kompass... Ist nix für einen Minotaurus. Ist das was für dich? Na? So, und wir gehen jetzt Richtung Norden. Ist ja cool, oder? Ist das nicht cool ein bisschen? War da noch was eigentlich? Hier ist der Schalter. Das ist schon mal schön. Wow. Ich hab wieder... Ich hab wieder einen Schreck gekriegt. So. Oh, Handschuhe. Hört ihr das? Ich frag mich immer, ob ihr das hört. Ja, der ist doch jetzt richtig gut geschützt, oder? Wieso ist der vorhin so schnell... Der ist ganz schön schnell, finde ich, hinübergegangen. Was ist denn das? Was ist denn der Ungesch... Ach so, nee, hier rein muss ich... Diese gut gefertigten Leder... Dieses... Ja, Worn? Hm. Dieses perfekt gearbeitete Leder. So ähnlich, oder? Würde ich jetzt mal Worn... Oder... Nee, Worn! Nee, halt! Worn! Worn heißt getragen. Entschuldigung. Dieses getragene Leder fühlt sich an... An... Hm... Wie? Sagt's mir? Playable. Noch nie gehört, Playable. Formbar, geschmeidig. Und... Gibt... Dir Mut für neue Bewegungen. Nee, Mut heißt nicht. Mut heißt doch nicht, Wicker. Wicker heißt Kraft, oder? Ja, Wicker heißt Kraft. Stimmt. Genau, für neue... Also, gib mir Kraft und Mut. Schön, 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 schön... Au! Falsche Taste. So, dann... Sind wir bereit. Ich will trotzdem mal... Switchen. Warte. Und los geht's. Jetzt gibt's ja Rinde. Hm, geht's. Oh, schön. Wohin? Sag's. Ah ja, das war jetzt nicht gut. Vertragen mehr, ne? Die vertragen ein bisschen mehr, aber es ist Gott sei Dank langsam. Oh, sehr schön. Sehr schön. Alle haben ein Level Up. Du kannst noch tragen, ne? Der kann nicht so viel tragen. 51. Okay, was hast du noch? Kannst du auch noch tragen. Ja, also, wir haben einfach genug von dem Lebensmittel, ne? Dann kannst du eigentlich... Also, von Lebensmitteln her sind wir gut ausgerüstet. Hm, hm, hm. Dann los geht's wieder, die Steigerung. Wir gehen weiter in Schwert. Ne, wir gehen nicht weiter in Schwert. Wie viel haben wir denn? Vier Punkte. Wir bräuchten hier fünf Punkte, so wie es aussieht, oder? Ne, oder heißt das Level 5? Was heißt das? 16. Ne, da hätten wir... Ne, ne. Kommt drauf an. Ich weiß natürlich nicht, wie viel, ne? Wie viel man immer steigern muss, um zum nächsten gekommen. Dann würde er ein bisschen Vitalität bekommen, oder? Lebensbunde. Gut. Der braucht davon erstmal ein bisschen mehr Schutz. Dann können wir ihn weiter, ne? Weiter steigern. So, unser Minas Gurkul. Der, den müssen wir jetzt Axt hoch machen. Sehr schön. Muss man mir noch hoch. Ähm, Vitalität. Jo, jo, Athletik. Der muss stärker werden, ne? So, du, meine Freundin, könntest ein bisschen Energy brauchen. Geben wir dir. Damit du mehr, äh, länger hier aushältst. Und, so, du könntest deinen, ähm, Eis-Zauber ein bisschen erhöhen. Ja, aber, was soll denn immer dieses Bell? Und Fragezeichen. Bedeutet denn das? Ja, Fragezeichen. Was soll denn das sein? Sag's mir. Blick ich nicht durch. Ist mir zu viel des Guten. Obwohl, hier, wie viele haben wir noch? Drei? Hm. 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 Wir könnten natürlich auch die Willenskraft noch ein bisschen steigern. Auf der anderen Seite. Gegen Kälte, ja. Für was noch? Nee, erstmal, versuchen wir es nochmal hier. Genau. Dann können wir noch eins in Eismagie reinlassen. Gut. Mal schauen, ob das was gebracht hat. Ja, bei dem bin ich mir noch überhaupt nicht sicher. Ja, erstmal, hm, im Grunde ist es egal, ne? Im Grunde ist es hier vollkommen egal. Stärke könnte er trotzdem, eins könnte er an Stärke vertrauen, oder? Nee, wir versuchen nochmal Lebensenergie hoch zu pushen. Gut, und dann haben wir es. Haben wir wieder gespeichert, ne? Äh, ja, wenn man... Ja, hm. Hm. Zweite Regel. Zweite Regel. Also, wie gesagt, wir speichern an zwei, drei unterschiedlichen Positionen. Ich schreibe mir das auf, damit ich es mir auch nicht vergesse. Die erste Position ist an so einem, ja, ähm, blauen Stein, ne? An so einem Regenerationstein. Die zweite Regel ist, nach dem Tod vor dem Monster. Na? Und die dritte Regel ist, nach Stufenaufstieg. Und dann, würde ich sagen, ist das eigentlich fair geregelt mit unserer Speicherung. Gut. Wir sollten nicht immer auf dem selben speichern, oder? Aber ich weiß ja nie, ob es hier Sackgassen gibt. Denkt ihr, es gibt hier Sackgassen? So. Hier. Ja. Ja, jetzt muss ich trotzdem mal schauen. Wir könnten jetzt noch... Müssen sogar noch unten. Hier müssen wir runter. Äh. Aber das war doch hier für... Wie krieg ich... Warte mal. Wir müssen... Schauen. Nein. Ist hier irgendwas los? Nein. Hier ist ein Stein. Sieh die ein. Das können wir durch das Gitter, können wir das nehmen. Oh. Moment. Ohne leichte Armut... Ach, Armut. Ohne leichte Rüstungs... Profizienzi. Profizienzi? Soll das sein? Profizienzi. Profizienzi. Ohne Kenntnisse, ne? Ohne Kenntnisse von leichter Rüstung gibt's Abzug. Aber wir haben doch leichte Rüstung, oder? Ach, nee. Das bekommen wir noch. Mhm. Schön. Also gefällt mir ein bisschen hier. Ähm. Hier, das haben Bauern oft... Äh, indem sie Sandmaulwürfer gejagt haben, haben sie das angekürzt. Mhm. Gegen dieses... Diese Maulwürfer. Ja, aber wir haben auf alle Fälle schon... Schutz... Ja, aber ich möchte eigentlich keine... Behinderung... Was hast denn du in... Ähm... Evasion... Die hat nicht schlecht. Nee, ich möchte keine Zwei-Behinderung. Da warten wir mal ab. Da warten wir mal ab. Ja. Warten wir lieber mal ab. Ist besser. Was hast du noch hier? Schlüssel. Perfekt. Und? Wie kriegt man... Durch auf... Warte mal, was ist denn das? Das sind Pfeile. Die will ich. Für meinen... Wenn wir ja mal einen Bogen finden. Wie kriegt das auf? Müssen wir doch aufkriechen, oder? Ich will das aufhaben. Halt, wir müssen nochmal aufpassen. Ach, hier ist der Schlüssel. Was ist denn das? Aha. Ein Pfeil. Ja, wir haben jetzt so viel bei dem da drin. Hm. Wir müssen mal ein bisschen... Das Ganze... Verteilen. Mit Snacks. Wir haben jetzt ja dem alles gegeben. Aber... Wir müssen mal ein bisschen hier... Ordnung schaffen. So. Dann haben wir ein bisschen wieder... Frei. Warte mal. Das hier brauchen wir wahrscheinlich gar nichts mehr. Hm. Der verursacht... Gift. Schön. Sag mal, du hast schon wieder... Was musst du mal machen? Luna, was ist denn los? Hm. Aber die sind nicht mit aufgegangen hier. Sag mal, kriegt man... Oh. Bekommt man die Pfeile nicht? Ich möchte zucken. Ja, dann nicht. Okay. Ich verstehe. Dann... Warte mal. Wir könnten ja mal schauen. Was passiert? Was passiert, Luna? Ach ne, wir... Halt. Warte mal. So. Warte, drüben haben wir aber noch was. Wir haben ja genug von den Fackeln. Legen wir mal zwei drauf. Hm. Wir können aber auch hier Ränder. Und hier ist... Nix. Hier muss doch irgendwas sein. Au. Hm. Au. Au. Ja. Die versuchen... Oder unten. Nee, ne? Oben? Eher nicht. Hm. Hm. Nee, dann... Wir schauen aber trotzdem noch mal die Wände an. Da! Wo wusste ich's da? Ah. Ah. Die anderen, die gehen gar nicht auf. Aber hier, die gehen zumindest auf. Schön. So, dann haben wir GIF-Pfeile. War das noch was? Wir haben ja... Fackeln verbraucht, ne? Nehmen wir mal wieder was mit. Gibt's hier vielleicht noch mehr? Ah, Gott sei Dank. Hab ich noch mal geschaut, ne? So, dann können wir weiter. So, Luna, meine Freundin. Du switchst wieder um. Und... Ja, wie sieht's aus mit der Zeit? Ich weiß noch nicht so recht. Meine Festplatte darf nicht voll auf dem Laptop. Hab ich weniger. Oh, oh. Ich hör schon. Ich hör schon. Jetzt würde ich doch gern speichern. Da ist... Oh, Gott. Was ist denn das? Flügelwesen. Na gut, lass. Au! Na, geht aber, oder? Geht eh. Ja, ja. Solange wir noch die Taktik hier anwenden können, ist alles in Ordnung. Wir müssten jetzt Dragon umswitchen. Ja, man müsste eigentlich hier alles mit Tastatur machen. Kann ich überhaupt, kann nicht. Weil das ist hier eigentlich alles aus... ähm... Tastatur ausgelegt. So, Dragon, kannst du da umswitchen? Zack. Da hast du wieder. Die Meister... Da kommt ein Schlüssel her. Die Meister, die machen das natürlich alles mit Tastatur. Äh... Moment. Moment, Moment. Jetzt bin ich verwirrt. Hier durch. Wo? Was ist das? Einen Zweierschutz? Na, warte mal. Äh, nein. Nein, du. Du. Jetzt bist du gekleidet, ne? Gott sei Dank. Die Männer haben dich schon immerzu nur angestiert. Hört ihr was? Ich höre doch was. Da hinten ist so ein Speicherding. Da gehen wir noch hin. Da versuchen wir hinzukommen, ne? Speichern. Und... Dann mache ich für heute Schluss. Okay. Da will ich nicht hin. Ah, da brauche ich noch einen Schlüssel. Blöd. Blöd. Hoch. Drei. Hm. Hier kommen wir rein. Ja, wir haben keinen Schlüssel, oder? Ich glaube nicht. Oh, wir haben schon so lange nochmal gespeichert. Äh, warte. Du hast... Natürlich nicht. Wird mich ja wundern. Was ist das? Teleporter? Schauen wir mal, was da steht. Schrift. Hält die... Haltet die Zellen. Holding Zells. Oder Held Zellen. Gehen wir in... Puh. Schwer zu sagen, ne? Äh... Moment mal. Wartet mal. Ich schau mal kurz. Und schreib mal hin. Äh... Tele... Teleporter. Na? Da ist ein bisschen Bescheid. Teleporter. Da ist was zum Drücken. Pass auf. Eher hier irgendwas Schlimmes passiert, werfen wir mal eine Fackel dahin. Oder auch nicht. Ach, du große Güte. Und jetzt? Verdammt. Verdammt. Das war mir sowas von klar. Das war mir sowas von klar. Sind frei. Sind... Drei. Die werden uns sowas von... Warte. 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 Ähm... Warte. Der ist tot. Wir sind tot und damit werden wir verdammt Tja Tja Dann bis zum nächsten Mal Ciao, ciao